so camper freunde ja hinter mir ist der see im spiegelbild und jetzt werde ich mal was testen und zwar habe ich was mitgebracht hier das hier vielleicht kennt das schon jemand das ist eine schnörschelmaske von dribord easy brief die habe ich mir mal geholt und die werde ich jetzt mal testen so ein lärm hier die maske die maske hier die ist eine schnörschelmaske mit der kann man unter wasser sogar reden also komplett seinen mund auf und so machen ohne dass wasser im gesicht in den mund reinkommt soll ganz gut sein die werde ich jetzt hier testen im plan und gucken ob wir gute ergebnisse rauskommen so Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020